Die Bezahlkarte ist immer wieder Gegenstand politischer Debatten in Österreichs Migrationspolitik. Erstmals eingeführt wurde sie im Juni in Niederösterreich. Mit der Entscheidung, die Bezahlkarte soll dazu dienen, den Kauf von Tabak und Alkohol zu unterbinden und Überweisungen an potenziellen Schlepper zu verhindern. Seitdem erhalten Asylwerber in bestimmten Unterkünften die Bezahlkarte des Anbieters Plaxi. Niederösterreich hat als erstes Bundesland damit begonnen, denn sie wollen zeigen, dass dieses Modell auch in anderen Regionen funktionieren könnte. So die Landeshauptfrau Mikkel Leitner. Ob es wirklich funktioniert, muss jetzt das Gericht entscheiden, denn ein Asylwerber hat Klage eingereicht. Er möchte lieber Bargeld erhalten. Sein Anwalt sieht die Bezahlkarte als ein Problem, denn diese soll das Recht auf angemessene Versorgung einschränken. So habe er keine Möglichkeit, auf teurere Online-Plattformen zuzugreifen. Die niederösterreichische Regierung bestätigte den Eingang des Antrags. Sie betonte, dass das Verfahren noch läuft. Der Anwalt plant im Falle einer Ablehnung den gesamten Rechtsweg zu beschreiten. Auch in Oberösterreich wird seit Juli ein ähnliches Pilotprojekt getestet. Innenminister Gerhard Kahner bezeichnete die ersten Ergebnisse als positiv, betonte aber, dass es in einigen Bereichen noch Anpassungen geben muss, bevor das Modell ab 2025 bundesweit eingeführt werden kann. Die Bundesländer sollen selbst entscheiden, ob sie das Modell übernehmen. Ziel ist es, die Grundversorgung möglichst ohne Bargeld abzuwickeln. Sofern es keine rechtlichen Hürden gibt.